Egerländer Freunde, heute ist für mich ein wahrer Glückstag. Ich habe gestern Abend erfahren, dass wir endlich, endlich wieder mit den Egerländern ein Live-Konzert spielen. Natürlich für euch, aber auch für uns Musikanten, könnt ihr euch sicherlich alle vorstellen, ist es ein wahres Glücksmoment, wenn wir wieder auf die Bühne dürfen. Am 30. Januar, direkt aus den Bauer Studios in Ludwigsburg, wo wir schon seit Jahren immer unsere CDs aufnehmen, werden wir ein Live-Konzert zu euch nach Hause streamen. Ich freue mich jetzt schon riesig und alle Kollegen, die ich jetzt schon benachrichtigt habe, die sind schon richtig heiß drauf, dass wir dieses Konzert wieder machen dürfen. Und ich bin auch ein bisschen stolz drauf, dass wir das genau jetzt in dieser Zeit aufbereiten konnten für euch. Und ich weiß, ihr freut euch alle genauso auf diese Möglichkeit. Und ich hoffe, das wird ein richtiges Statement für Liebe zur Musik. Also bis dann, bleibt gesund und interessiert euch für dieses Konzert. Ihr werdet in den nächsten Tagen und Wochen natürlich von uns weitere Informationen erhalten. Und ich weiß, ihr werdet in den nächsten Tagen, und ich weiß, ihr werdet in den nächsten Tagen, und ich weiß, ihr werdet in den nächsten Tagen, Musik 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 Musik